Auf wen wette ich? Auf Flocke. Ja, alle auf mich wetten. Wie gesagt, heute musst du auch Sie wetten. Ja, 1000 Dollar. Ich vermute ein sehr böses Ass. Ich habe heute beim Einloggen 3 Millionen geschenkt gekriegt, also kann ich auch mal 1000 Dollar wetten. Was für ein Ass soll ich denn im Ärmel haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe nicht mal Ärmel, also T-Shit, T-Shit, T-Shit-Ämel. Da hast du allerdings recht mit deinem... Hallo Chai Latte, ja Snacker, du darfst mitfahren. Du musst mich bei Rockstar enden. Oh, ich schlafen ja alle ganz schön dicht aneinander. Und dann geht's ab. Oh ja. Oh, Kuschelpadde hier. Der Blau ist genau vor mir. Oh Gott, das ist starrtverkackt. Aber das Auto klingt gut. Eddie, zieh nicht so weit rüber. Ich habe keinen Bock auf Stress in der Kurve. Eddie. 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 Das war keine Absicht. Ja, ja. Äh, was? Was? Wie? Was? 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 Was war das denn? Wo müssen wir denn? Links, links. Da ist hier, genau da. Wow. Mann, ey. Hä? Darf man nicht durch die Röhre, ne? Nein, nicht die Röhre. Oh, ich bin so... Oh, und dann in die Röhre rein. Wollt ihr mich verarschen? Ja, heute wird's an... Warum bin ich erster? Ach du Scheiße. Nein. Du bist die Streiter. Ich bin wieder falsch, verdammt. Oh, du musst nichts runter. Ja, bin ich. Kein Stress, Teddy. Ja, ich hab mal das Kassierzug. Hab ich vorhin schon gesagt. Fress mich mal heute nicht so. Mach keinen Stress. So, Eddie. Wir müssen uns jetzt... Oh Gott, ach, das ist die Strecke. Das ist die Strecke, ja. Hey, was, 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 was ist die denn da? Wie ich... Nein. Wieso bleib ich da mal hängen? Hallo, fuck. Oh, shit. Tschüss. Oh Gott, wie muss man denn hier nochmal lang? Oh, man. Oh, du musst einen großen Looping fahren. Mit einem sehr großen... Hey, halt. Verkehrt rum. Hä? Hey, nee. Jetzt hab ich vor Schreck... Jetzt hab ich vor Schreck meinen Bonbon ausgespuckt. Ich hoffe, das sieht man nicht, ey. Warte, kann ich gleich sagen. Ja, die liegt jetzt auf meiner Hose, das Bonbon. Nicht das gute Flocke-Bonbon. No. Doch, hat man gesehen. Oh, Parallel. Wofür hast du es denn aus Versehen? Ich bin falsch abgebogen. Ach, lol. Ich muss nur einmal den Looping fahren. Oh, scheiße. Oh, du musst hin. Oh, 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 mach keinen Mist. Ich stecke, scheiße. Ich tue, was ich kann. Noch lebe ich. Oh, shit. Falsche Richtung. Ich hab irgendein Checkpoint nicht gekriegt. Alles klar. Oh, shit. Ja, in dem Looping. Genau, in dem Looping ist relativ mittig. Wie gesagt, ihr habt einen relativ großen Weg, den ihr da zurückgehen müsst. Aber ich hab den, aber ich hab den Checkpoint. Aber ich hab den. Aber ich hab den. Aber, 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 aber. Aber ich... Ich hab jetzt nicht so ganz, warum ich den jetzt angeblich nicht... Ich hab den, aber ich hab den. Ach, hier muss ich nicht weiter. Ach, toll. Ich bin falsch rumgefahren. Genius. Ich bin wirklich in die falsche Richtung gefahren. Das passiert den besten Flocke. Wow. Ja. Das ist für YouTube-Mensch. Ach, kacke. Das heißt, der kann den Channel wahrscheinlich nicht sehen. Ach. Hä? 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 Das finden's sehr schnell. Ich bin einfach reisein. Wie gesagt. egien von rein. Hey. Don't be so rude. Justin Sisko hab ich doch... Hab ich doch richtig gesagt, oder nicht? oc. Es sind immer die hippen, die hippen Boys, die ihre Vokale einfach mal außen vor lassen. アj dis ist voll hackermäßig so Let's Speak. Nei. pushes tFlas Er sind abgefl bipolar. differsweiter Diego. Aber ich bin so alt hin. Unter Umständen ich? Oh boy. Kontrollowibriert die ganze Zeit, es ist voll geil. Oh geil, oh Mart, ey. Achso, auf sowas stehst du also? Haha, ja klar. Wieso ist Flocken so schlecht in GTA? Wow. Ich bin nicht schlecht in GTA. Ich werde nur immer gerammt. Sie lässt nur an um den Vortritt. Dem habe ich Schneeball geschenkt. Ich habe gerade in der ersten Runde, habe ich diesen Sprung, diese Scheiß-Fick-Dick-Näh-Rampe. Na? Keine bösen Wörter. Ganz lieb sein. Was soll jetzt gehen? Hi Ellie, danke. Bitte. Das wird... Das wird nix für YouTube gerade. Ja, wir haben hier noch weiter. Ja, thank you very much. Fuck you, Game. Boah. So, wie wolltest du das Twitter-Foto machen? Ja, genau. Ich überhole dich mal. Ich verstehe nicht, wieso ich das vorher nicht gebe. Das ist Ellie. Von nur unsichtbaren Ninja-Autos werde ich gerammt, ja. Wie, ist Core Gamer doch drinnen? Nee. Ja, unsichtbare Ninja-Autos. Achso. Core Gamer ist das unsichtbare Ninja-Auto schlechthin. So, nach dem fünften Anlauf habe ich dann jetzt doch mal den... Warum bin ich das auf einmal Zweiter? ...ersten Wallride geschafft. Ja, weil ich einen Unfall gebaut habe zwischendurch. Dann hat mich Barani auch noch überholt. Obwohl er mir jetzt nicht mal den ersten Platz nimmt. Ah, Ellie! Mann! Also, das gibt's doch nicht. Okay. Kannst du so haben. Ey, vorm Ziel kann ich dich noch durchlassen. Reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt habe ich auch den Looping geschafft, alles klar. Looping Louis! Läuft doch, da kann man mal der Flocke zugucken. Auf Platz 8. Darauf erstmal nimm zwei. Ja. Wie einen nimm zwei. Hallo? Das ist vorgegeben, wie viele du davon essen sollst. Deswegen kriege ich auch zwei Tüten hier liegen. Achso! Achso! Ich glaube, du hast aber das falsch entstanden. Hey! Diesen Bildschirm habe ich mega oft nie beendet. Das ist so ne Sprache. Er rechnet die nimm zwei direkt in Packung. Oh no. Dem kann ich nicht fahren. So, erstmal wieder auf Flocke setzen. 1.000 Dollar hier. Ja, nur weil der 3 Miller heute gespielt hat. Ey, 3 zu 5? Seid ihr bekloppt? Was da los? Ach, jetzt war Items nicht mit Packung, Flocke. Vier gewonnen, 132 verloren übrigens. Gute Quote. Das ist aber schön, die Strecke. Oh, schon wieder Augenkrebs heute. Augenkrebs! Oh, guckt euch das an! Oh, schön! Ab wann muss man eigentlich Gas geben? Ab Go oder? Ab Go! Ab Go! Genau bei Go! Ah, gut, danke! Ach, die halt bei Go! Also am besten finde ich geht's zu... Hey! 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 Geh mal weg hier! Das hat ja wieder gut geklappt, Leute! Oh Gott, das ist mir viel zu viel Speed. Der Zentorno rutscht immer so schnell. Der Zentorno rutscht immer so schnell, dass mein Alter das Auto angeht, ja. Ne, ich muss sagen, der Zentorno ist heute Abend der Beste. Ne. So. Jo, Siris war bisher der Beste. Am Platz! Entity fahren, das ist der Entity. Mach Platz! Hier kommt der Boss! Was? Nein! Das hat nicht geklappt in dir! Boah, Teddy! Boah, Teddy! Was muss man sagen? Oh, Scheiße! What? Lol? Äh. Huiiii! Okay, okay. Hallo! Okay. Hallo! Ich stehe. Hallöchen, Eddy! Hallöchen! Wir machen jetzt keinen Scheiß und sind lieb! Wir sind lieb! Wir sind lieb! Das ist gut! Wir sind cool, heißt das. Und dann kommt der... Frogs Flash! Schade, doch nicht! Genau! Und dann kommt der Frogs Flash! Boah! Wie sexy, no scope war das gerade! Oh, Scheiße! Meb, meb! Meb, meb! Meb, meb! Sorry! Oh, da sagst du was? Ich muss noch mein Handy auf lautlos stellen, ansonsten hört ihr den Roadrunner heute öfters. Meb, meb! Fiiiit! Mein Scheiß auf lautlos gestellt! Heimlich nicht sein, hab doch gar nichts gemacht. Der hat mein Handy eh nie an, also von daher... Das soll so bleiben. Fahr mal links! Freud, mach keinen Mist, ne? Bist du hinter mir? Ja, ich glaube schon. Oh, Scheiße! Oh, hier ist die Meiersche Wand hier! Voll die Schleichwerbung ey! Lass uns boosten, Teddy! Hier! Ja, auf geht's! Ey, mach mal bitte langsamer dort vorne, es ist kein Aufholen an! Das ist grad die Frage, wer ist denn auf dem ersten? Ja, aber ne, wenn... Icke! Aber für Ellie warte ich nicht! Ey, wenn Ellie raushauscriet, dann können wir drüber reden! Also ich bin Zweiter mit großem Abstand! Ja! Ich seh das doch hier oben links! Nein, siehst du nicht! Doch! Nein! Das ist alles ein Bild! Ich bin doch immer so ein netter Spieler! Mit einer Menge Fantasie! Mit einer Menge Fantasie! Ja, genau! Ja, genau! Mit einer Menge Fantasie! Mit einer Menge Fantasie! Ja, genau! TTT kennt keiner hier, außer euch! Also, ne? Tut mir leid! Ich weiß nicht, wovon du redest! Scheiße! Nein! Boah! Jetzt bin ich raus! Boah, das war close, ey! Wer ist denn auf dem siebten? Teddy bestimmt, oder? Nein! Vierter! Oh, grad sagen, wenn Teddy hinten ist, dann ist... Oh! Oh, er fliegt genauso schön! Ja, ich erkunde bitte die Landschaft! Also mittlerweile ist Ellie weg, darf ich jetzt nach vorne? Versuch's! Hm! Ach man, weißt du... Erstmal drehen! Jawohl! Die ganze Zeit und dann... Hast ja schon ne Sekunde aufgeholt! Also, ich war grad mal siebte, ich bin mittlerweile sechs! Oh, verdammt! Ach, Toza! Ja, ist ja ich! Ich hab nie mal den Boost bekommen! Toza! Ey, was soll denn das? Was veranstaltet ihr denn da hinten wieder? Das wiss ich doch nicht! Oh Mensch, Toza! Das hintere Fahrerfeld hat Spaß im Gegensatz zu euch! Ja, das merkt man auch so! Also manchmal hab ich auch schon das Video, was auf euch zu... Fangen wir alle hinten rein! Zu euch nach hinten zu kommen, ne? Oh, scheiße! Achso, Flocko, du hast übrigens auch die Beschreibung falsch! Von Twitch! Oh! Ja! Von vorletztem Mal! Ne, von letztem Mal! Ist noch der Creative drin, ne? Ja! Ist noch Creative! Ja, Creative! Ja, Creative! Bei mir steht noch... Nennt mehrere, die Marie! Was? Verrückte Welt! Echt toll! Verrückte Welt! Das kann nicht sein! Weil das aber definitiv... Vielleicht muss ich mal... Vielleicht musst du dein PC mal endlich runterfahren nach 5 Wochen! Ja, haben wir doch! Macht ihr euren PC aus? Also ich finde das echt ein PC aus, dass sie mich so diskriminieren. So, bist du nicht kreativ? Ne! Er ist kreativ! Ne! Er ist kreativ! Ne! Ja! Oh! 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 Shit! Ach! Hier bist du ja wieder! Oh no! FCT hätte ich mich abgezogen, ne? Ich muss gerade sagen, gerade sind es alle sehr konzentriert. Jetzt ist es mit Boosten aber scheiße. Oh Gott. Nicht vor oben. Nein. Ich komme gut auf. Ich komme gut auf. Perfekt. Für die Fans. Für die Fans. Hat keiner gesehen. Schade. Ich habe so ein bisschen oben. Oh Mensch in Skinners. Nein. Nein. Das war es schon. Nein. In der letzten Kurve. Ich bin übrigens wieder online. Das ist schön. Das ist super. Ich lade dich dann gleich ein. Jetzt kommt wieder die Meiersche Wand hier. Meier? Das gibt es nicht. Oha. 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 Das war nicht richtig. Manno. Das Spiel ist scheiße heute irgendwie. Ich weiß nicht. Gib Gas. Oho. Oho. Oh Frick ist heute ein bisschen. Nie beendet. Nie beendet. Ich verstehe überhaupt nicht was das einmal stimmt. Ich dachte du musst ein Bild langsamer lesen. Dope. Oha. 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 Was denn? Du kannst das immer noch nicht lesen. Du siehst das doch so oft. Ja stimmt schon. Ja da ein falsches Auto. Das ist wirklich scheiße. Blau. Oha. Oha. Da hat jemand ein falsches Auto. Sorry. Hey Dexorus. Hi Dexorus... Thursa. Mit Dexosaurus. Du bist mir von vor der Haube gefahren Hallo. Der hat so ein geiles Handling. Ja, es sei denn man wird gedreht, wieder 300 Mal. Sorry. Der macht in ihr geist Ich war das. Das war dann wohl ich. Freak! Ey, Croyd. Und es dreht sich, dreht sich, dreht sich. Ey! Hey! Ist das euer... Ey! Du kommst immer wieder zu mir. Was? Oh Gott. Da hängen zwei Alamans. Nein, nein, nein! Ist das Black and Yellow 2.0? Ja, kommt mir grad so vor. Äh... Das ist immer genau so ne bescheidene Map. Äh, jetzt hab ich meine Ruhe hier vorne. LOL! Noch nicht ganz, ich bin noch hinter dir. Das ist schon ein Fehler, Mann. Oh Mann, seid ihr behindert, oder was? Ey, ihr seid doch echt... Ja! Ein ganz überzeugendes Ja! Gas! Was? Wir müssen uns boosten. Boah! Ja, das ist schwerer. Eli stellt sich einem immer in die Ruhe. Oh, verdammt. Das mache ich nicht mit Abzug. Ich kann nicht zurückholen. Das funktioniert nicht. Da haben wir uns aber gut abgeschossen gerade. Haben alle Abgang gemacht. Komm, den Eli schießen wir ab jetzt hier. Jo. Raus damit. Wow! Du Lex! Was portest du dich denn vor mich? Du portest dich! Du hast mich rausgedrückt, Mann! Du portest dich! Nein, du portest dich! Ich habe mich zuerst geportet! Wir wollen zusammen um den Enkel fahren. Auf einmal steht er vor mir. Ne, du standest doch immer neben mir und hast mich rausgedrückt. Wow, 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 wow! Ich stehe auch immer neben mir. Ich stehe auch immer neben mir. Mann! Scheiße! Tschüss! Abgang! Ach du Scheiße! Was ist denn das jetzt hier? Oh Gott! Hey! Heilige! Welche Platz hatten, Flocke? Ach ne! Warum? Handy rausholen, ein Foto machen. Ich habe hier schon das Kennzeichen aufgeschrieben, ey. Nein! Ich habe es nicht geschafft! Nein! Ich bin dir gefolgt. Nein, echt? Ja. Oh nein. Oh, Raids! Raids, geh aus mir raus! Ja. Ja. Der Mungo ist denn lieber. Hey! Lass das! Ja, du gib Gas! Sonst musst du dich von hinten anstupsen. Stups! Huch! Bisschen zu viel gestupst! Hehehehe! Schups! Stups! Schups! La la la! Ich kann fliehen! Backflip für die Fans! Fritz! Stups! Boah! Zurück gestupst! Du bist! Scheiße! Immer zweimal mehr als du. Ja, echte. Du bist! Hat keiner gesehen. Das hat explodiert hinter mir! Das war ich! Ich höre es nur noch krachen! Oh, Floch! 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 Das war's! Die Laswerden gemogelt. Höhööööööhhhhh! Ohhhh! Nie wieder mach ich was für die Fans. Nie wieder! Guck! Ich stelle close zu den anderen. weit hinten sein ist nicht gut. Ach so, darum geht's in dem Spiel. Guck! Dankeschön! Stay close zu den anderen. Guck! Deutsch. Da brennt was. Ich war ganz einfach. Ein ausgebranntes Auto. And we gonna let it burn, 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 burn. Jolokos, wieder am Start. Oh ne. Super. Ich wusste doch, ich hab irgendwas nicht vermisst am Donnerstag. Jolokobo. Das versieht Teddy. Ja, alle noch drin, alle fortfahren, sehr schön. Kräuter. Ey, du kriegst dich noch mal. Übergreifert sagen. Hör den Donner. Wenn du den schaltest, dann aussuchst. Mach dir nicht ins Hemd. Biggest Stunt Ramp GTA. Boah, geht's. Boah, Leute, jetzt wird's krass. Mit Counting muss ich im Hintergrund. Geht voll ab. Du, du, du. Ich hör grad West Coast. West Coast, wegen dem Horror Self Radio. Lässt euch mal die Beschreibung durch. Lässt euch mal die Beschreibung durch. Welchen nehmen wir? Biggest, largest, highest, longest, the most, the best, the best. Okay. The best ramp ever. Wir nehmen den Nero Custom. Ach, den Nero. Wir können auch den Nero nehmen. Nehmen den Nero Custom. Frag ich finden nicht. Der was? Der Nero Custom. Der Nero Custom. Nero Custom unter C. Ja, ich hab'n. Nach N. Nach N kommt C. Ich glaub, ich muss meine Farbe ändern. Das Nieder bringt mir ab. In der Uni, ja. Heute kein Glück. Der setzt 1000 Euro auf mich selber. Zieh dir mal was an Rates. Ist ja schlimm. Willst du von meinem Brusthaar etwa niedermachen, ja? Ja. Ich würd's am liebsten niederbrennen. Wenigstens hast du das Brusthaar zum Bart. Ja. Urwaldrodung. Außerdem meine roten Cowboy Stiepeln, ja. Sehr close, wegen dem Horrorspiel. Wow. Eine wunderschöne Boxershorts an. Ich brenne. Oh, war das die Strecke? Nee. Oh nein. Mit der Rampe? Urzaa. Ach du Heiliger. Bloß weg von euch. Bloß weg von euch. Wie sie alle fliegen. Ja, ja. Der gute alte Stein. Oh, ich bin gespannt, ob ich das schaff. Ich hab' so Angst. Oh Gott. Der gute alte Stein. The highest, the longest, the best. Wow. Oh, Flagge, Flagge, Flagge. Augenkrebs. Loll. Hallo Flocke. Tschüss Flocke. Wieso dreh ich mich hier immer? Du bist an einem Tunnel vorbei. Ich bin, ich bin perfekt aufgekommen. Wieso habe ich mich gedreht? Sag mir das mal bitte. Weil du nicht perfekt aufgekommen bist. Doch bin ich. Ich bin genau so aufgekommen, wie man sollte. Bist du genau gerade aufgekommen? Oh scheiße. Ja. Da war der Fehler. Du darfst nicht genau gerade aufkommen. Entweder. LOL. Wieder ey. 75. Entweder Hinterrad oder mit dem Vorderrad. Wieso ist das bei dir? What the fuck? Aber nicht mit beiden ungefähr gleichzeitig. Weil das gilt dich. Und einer. Irgendwie ist der hier auf dem Dreck. Extrem spacious. Richtig schnell, ne? Ja. Da geht der ab wie Luzi doch. Oh oh. Die Schmitz Katze. Oh. Hi. Tschüss. Wehe. Wehe. Bleib links. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Das hat doch alles der Egg-Spoiler abgefallen. Hör auf ey. Wir wollen ja mal ne hier. Ich versuche an euch vorbeizuziehen. Das ist nicht produziert. Ja ich versuche auch. Aber scheiße. Da haut der Freak die Schlocke raus. Fuck you Freak. Hör auf. Ach du bist das immer. Ich bin's gar nicht. Richtig asozial ist das. Das hat er gerade schon mal versucht. Richtig assi hier aus RTL Fernsehen. Freak. Du bist zu lange. Du bist der neue Core Gamer. Offiziell. Das war sogar schon eine Beleidigung, ne? Core Gamer offiziell. Reut, gib Gas. Offiziell. Core Gamer official. Kannst dich jetzt so gut sagen. Der Freak haut einen nach dem anderen raus. Nein, Ellie hat mich gerade rausgeräumt. Ah, finde ich gut. Ellie, thumbs up. Samsap. Was, tschüss. Ich komme da wieder her und dann habe ich dich weg. Komm her. Oh ne, komm. Geh weg. Beim Herb, oder? Oh scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich komme genauer. Oh, hoffentlich ab. Boah. Mit wem wäre ich dann gerade fast im Looping cool? Ja, ich auch. Grün, das war ich. Boah, das war sehr knapp. Der Schnopper hat mir gerade so ein bisschen das Leben gerettet. Ja, mir auch. Ich habe gedacht, das geht nicht gut. Und dann war... Ist übrigens auch Peer-to-peer. Ach, Peer-to-peer. Laub. Peer-to-peer, ja. Alter, Raids! Du bist doch maximal bekloppt, oder? Wieso ich? Komm her. Maximal behindert. Er heißt ja nicht um so ein... Achtung, ich komme. Kopf einziehen. Oh scheiße, ich fliege viel zu weit. Das klang sehr versäuert, aber... Wir lassen uns dabei. Was? Oh scheiße, wo geht das denn hier hin? Da merkt, bruh. Übrigens wollt ihr einen kleinen Fun-Fick wissen? Das erste Mal, dass Flocke Peer-to-peer in dem Stream gesagt hat, war ebenfalls auf dieser Strecke. Ja, ich glaube auch. Und zwar fast in der gleichen Stelle. Habt ihr nichts besseres zu tun, als euch sowas zu merken? Das ist die RTL-Datenbank. Die RTL. Holy shit. Oh, tschüss. Aber habe ich nicht genug gesagt, unnütze... Fotografisches Gedächtnis für unnützes Wissen. Oh, das kenne ich, das habe ich auch. Ich auch. Ich kann mir sämtlichen Scheiß merken. Oh, alle neuner. Ohohohoho. Tosa, wo bist du denn? Bisschen hinter dir, glaube ich. Ich bin dömerweise durchs Wasser gefrocht. Du behinderte... Block. Ja, ich weiß nicht. Contenance. Nee, bei sowas habe ich keine Contenance mehr. Wer war das? Schon wieder Raids. Ja. Ist egal. Jetzt bin ich wieder dran vorbei. Hast du was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie heute Abend noch niedliche Katzenbabys foltert. Also... Ich habe gottseider keine hier. Ist items hier? Dafür konnte ich jetzt nicht mal was mit dem da rüber gezogen ist. Äh... Alter... Ihr dürft das nicht ernst nehmen im Chat. Außer das mit den Katzenbabys foltern. Außer das mit den Katzenbabys foltern. Genau, außer das mit den Katzenbabys foltern. Das solltet ihr ernst nehmen. Also besser nicht die Flocke rammen. Denkt an die Katzenbabys und namens Maxi. Also Maxi mit Fly. Hi Maxi. Flocke los, bespaß zu mich. Oh mein Gott, eine Fliege bringt euch in Sicherheit. Flocke los, bespaße mich. Ich bin gerade sowas von dabei. Ich bin gerade sowas von dabei. So... ... ... ...